Diese Köpfe irgendwie gesammelt werden mussten. Ach ja, oh, das war übel. Aber jetzt wissen wir ja besser Bescheid. Ja, auf jeden Fall. Jetzt wird das, ne, das wird wie Butter. Ja, das war gestern schon wie Butter, wenn man das Schwert geschwungen hat. Ja, wie eine im Tiefkühlfach aufgehobene Butter. Oh, jetzt kommt ein schönes Intro. Ja, merkt gut. Oh, das ist doch unsere Kollegen. Ja, stimmt, ja. Die kleinen Computerbots. Aber ich bin ganz froh, dass ich ein neues Gewehr habe, ey. Das ist echt gut. Ich weiß gar nicht, welcher du bist. Ach, der, der. Genau, der vorne hier. Aber so ging's mir ja gestern auch. Ich muss ja erst mal gucken, wo ist er denn? Wer ist denn das? Ja, weil du mal gesagt hast, ey, guck mal hier, Munition nicht, ey, ne? Ja, irgendwie muss es doch... ...so was wie, äh, markieren geben. Ain't that a beautiful shot? Hey, guck mal, echt gut von da oben erschießen, ey. Ja. Gut, 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 gut. Alter, ne, der ist doch mal mit nem Pfeil ganz schnell weggemacht. Irgendwann, wenn ich es nur festhalte, wie die dann ballert, als irgendein Maschinengewehr. Ja. So, mal gucken. Hier gibt's Munition. Oh. Sehr gut. Danke. Oho. Guck mal, ein bisschen angezündet. So, jetzt kann ein bisschen Hack-and-Slay. Schlitt sie alle auf. Ja. Heute Abend gibt's um Armutraten. Ach ja, er zaubert ja wieder. Ist nicht schön. Alter, wie sehr erliegen, ey. Sie sind richtig fertig. Schon mal klargemacht, geht's hier, ne? Ja. Hier unten waren wir gestern auch nicht, oder? Nee, aber ich brauche, es geht hier eh im Kreis und... Hm. Säuferbrücke. Ach ja. Wovon? Hier ist noch ne schöne Bombe. Bombe ist... Bombe. Bombenwetter. Ah, hier liegt noch ein Heil-Kid, falls du brauchst. Ein paar Bandzeug. So. Scheiße, dass man den Trank dafür den Opfern muss, ne? Muss man sich entscheiden. Ja, aber ich bin verletzt. Ich nehme das aus. Nein. Oh, Alter. Was war das denn? Der hat es dir von hinten besorgt. Alter, dieser Maschinengewehr-Typ, ne? Ja. So, zack. Mann, der am Boden. Zack, der nächste. Zack, der nächste. Oh, jetzt geht's wieder los. Dann stelle ich doch mal schön auf Messer um. Hier die kommen. Alter, ich dachte eben, ich muss da nur stehen bleiben an der Stelle. Und dann immer nur draufhauen. Aber die kommen ja aus allen Ecken hier. Wow. Aber schnell laufen geht da auch nicht, oder? Ja, hab ich das. Nee, oh. Alter. Ja, stimmt. Ach, ich hab auch ne Bombe, ich blöd, Mann. Jetzt muss ich aber erstmal ein bisschen was trinken hier. Heftig, heftig, ey. Mensch, mach dich weg. So, ne Ratte, die sich eben noch an mir gerieben hat, ey. Das gibt's ja gar nicht. Ja, die sind echt krass. Hier gibt's Munition. Ah, super. Das dauert wahrscheinlich, bis ich das mal irgendwann selber sehe. Äh, bei Hans Schaudern hat das auch immer gedauert, bis ich die Munition entdeckt hab. Oh, die sind auch weg. Ah, die könnten wirklich mehr droppen. Hier gibt's, ähm, Heil dran. Ah, sehr gut. Den krall ich mir mal. Oh, da juckt mir doch das rechte Auge. Ah, die Muni liegt da wegen der Grenzläuferzwerg, schreibt Crusader. Die droppt, wenn ihr, ähm, Eliten umhaut. Ist ein Perk von, von Bardin. Alter, eine Experte, danke. Ja, wir müssen uns hier erstmal richtig reinfuchsen. Alter. Heftig, bitte. Ja, Mann, ich muss mal hier umschalten, ey. Ja, die Knarre ist ja von Weitem ganz gut, ne, aber auch. Wir müssen mal ein bisschen wechseln hier. Ja, aber wie viel kommen denn da an, ey? Weiß ganz, ich glaube, man muss auch gar nicht so viele Wellen töten. Ich glaube, hier rennen halt nicht ganz. Ja, aber ich weiß es nicht. Ich bin lach hier. Da kommt noch eine. Alter, ist das ein Gemetzel, ey. Ah, hier, schreibt gerade, spar dir die Munition für die Eliten, die normalen Sklaven. Kannst du besser mit einem Besen wegfegen. Ja, das stimmt, danke, ja. Ja, das ist auch wirklich besser, wenn man die Knarre nimmt, genau. Dann kann man die großen abholen, ja. Guck mal. Ja, wir zocken es doch auch seit gestern erst. Müssen wir uns erstmal eingerufen, hier. Stimmt, hier können wir schon mal rein, ne? Genau. Ja, da haben wir doch so. Ich bin schon ein Elite-Typ, aber das glaube ich noch harmlos. Ja, ich bin ja klar. Ach genau, und vergesst eure Uti of S nicht. Ich glaube, mit F-Feier irgendwie zusatzen. Eieiei. Ich glaube, jetzt baller ich doch nur. Mal gucken, wie funktioniert das mit F eigentlich jetzt, äh, ich drücke F. Ist denn das nur, wenn ich die Spezialwaffe ziehe? Nee. Warte mal. Nee, wenn du deine Leiste unten voll hast, dann blinkt das auch unten. Ah, okay. Weil das dein Leben ist. Ah, alles klar. Und was? Und was? Glückst du, ey? Und die Elfe schießt so zielsuchend Pfeile und der Grober stößt zurück mit dem Schadenwaffe. Ich halte immer Schiff fest, weil ich laufen will. Ja, das geht mir auch so. Achso, und Crusader, erstmal danke für die ganzen Tipps. Äh, den muss ich nachher erstmal verarbeiten. Ah, danke. Gib mir mal einen Tipp, ob es die Möglichkeit gibt, hier zu laufen. Oh, das Schiff funktioniert ja nicht. Ah, hier ging es auch runter, genau. Da ist es doch denn bald mit den Köpfen, ne? Ja, oder ist es noch ein bisschen hin? So, hier nehmen wir mal die Karte auf. Sehr schön. Ah, danke. Also nur der blaue Trank, äh, lässt uns schneller laufen. Komm, rüber, zack, zack. Da hab ich nur ne Bombe, ne? Die verbrennen aber ganz gut. Da ist ja wieder so ein Elite-Vogel. Zack, zack, auf die Fräse. Ja, ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen zurück. Ja. Ein paar Leute bleiben immer noch über die an, vor die Mütze, ohne jetzt. so gar nicht aber wir können hinten schon wieder weiter ich will dich auch haben wie der hat dieses diese gettling richtig geil die linke monsteste länger gedrückt halten geht es auch durch die hat so ein führer sagt das ist echt übel wenn die ein sohn packen ich liebe das wenn die wölfe heulen das ist so geil an da geht man kopf immer vor und zurück wenn man denkt man ist in der schlacht vom ist gut gehen alle vier drauf und hauen ihnen erst mal fett auf die mütze so muss das sein ach du heilige neune wir sind alle geblendet das sehr gut ach da kommen noch die anderen scheiße ich muss mal gucken ich muss noch mal schnell krank schnappen also habt ihr schon weg gemacht geil seid ihr denn ich habe mich gerade darum gekümmert ihren trank zu nehmen ja wir haben geschnetzelt es gibt nachher eine schöne fahne rechts im austaus links genau dann kann man die leute stoßen das ist sehr gut der fahrt des kummers sind alle sehr sehr traurig das war gestern auch so geil mit dem fassen das ist jetzt nicht so der der hat nicht so viel gebracht irgendwie ne ja ich hab zwei leichte gegner mehrwegs geht das feuer hier schnell genug aus ich sehe kaum was soll das hier nur noch nach vorne zurück zur seite also die feine herunter zack 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 sehr schön was nicht schlecht wäre ne so als special waffe so ein mixer hättest du wo die alle reinfallen das ist dann auch schon so gedonnert hat der grüne mond der sehr fett aus die folge mit feiern was man screenshot hier alter ja er sieht aus wie ein schwarzer käse würde ich sagen ah hier ist ein trank das war auch mal einen kleinen schluck genehmigen der nächste ist für euch die hamburg kriegen gar nix ab ne hier ist auch noch ein trank ne falls du ein brauchst wo ich hier gerade rumhüpfe aber es geht noch mehr schwarze frau ein welcher hat ein ja sehr schön endlich mal wieder zwischen jubis im game ja auf jeden fall wir werden auch da noch richtig reingerufen glaube ich auch hier ist das buch wieder ne genau ja wirklich zu armlos um die einfach abzuballern oder hinten kommen sagen wir laufen das schöne ist was ich immer mache dass ihr noch mal ein stück zurück geht irgendwie geht eigentlich auch ganz gut die haben sich aber schnell aufgelöst ach da kommen die nächsten der dicke aua äh sind wir nicht weg ja kommt schon das schönste schnick glaube ich aus einer art genossen ein stau hier wieder auf der brücke und weg ja stimmt ich muss mehr ich muss wirklich mehr blocken dass ich nicht so viel saufen muss das stimmt ja oh zwei teile das ist der üsen ach diese anlage brauchst du verbanntzeug hier liegt was eigentlich schon aber die bots auch ich weiß nicht dass die das auch nehmen ich glaube ich will nicht sagen dass die verbunden zu treffen ich muss sagen die bots machen eine ganz gute arbeit ja auch hier eigentlich schönen kommen verbandkasten Ah, das mit dem Locken muss ich nur lernen, glaube ich. Oh ja. Ich weiß gar nicht, wo ich noch hinschlachten soll, der Hebron. Ah, den hab ich noch mal gekauft, ich muss gerne mal schnell was trinken hier. Jo, obwohl das mal mehr, mehr Verbandzeug hab ich genommen. Brauchst du noch Munition, oder? Nee, ich ja. Da gab's zwei. Alter, der hat eben geblutet ohne Kopf, ist noch rumgerannt. Wie heftig war das denn? Aber das mit Shift gibt irgendwie nochmal einen extra Halt, ne? Man hat echt das Gefühl, man läuft schneller. Na, Steuerung her, man weiß sonst nicht, wohin mit dem kleinen Finger. Das stimmt. Hier ist auch noch Verbandzeug, falls du brauchst. Nee, lass mal den Zwerg, das haben wir. Hm, nehmen die das nicht? Oh nein. Da haben wir nicht noch was Verbandzeugen. Oh, jetzt bin ich da auf, denn, äh, scheiße. Wo ist denn der Typ? Ja, ich hab in den Nebel direkt reingeschossen, dann hat er sich aufgelöst. Ah, mit deinem Pfeil und Bogen ist auch geil. Ja, das stimmt. Das ist echt ganz angenehm. Out of that mess, now. Ah. Flies will growl. Oh, the wind is the map. Kill the Chorserer. Put the port. Wait. The Blight Cork is finished. Stand ready. Stand ready. oh mein mann 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 wie viel sind das denn das geile ist der magier der kann ich würde mal irgendwelche laserstreine schießen mit dem zauber oder was ja so es ist so krass dass das an massen sind jetzt können wir glaube ich an den statuen wieder wo die köpfen müssen ich versuche den kopf gleich mal zu drehen von der anderen seite auch dann müssen wir eigentlich theoretisch gleich durchkommen ja ich denke jetzt kommen wir rein jetzt müssen wir mal gucken wegen den tränken ich brauche unbedingt einen weg müssen wir uns dann irgendwie aufteilen ja hier gibt es doch ah genau das war gestern ja schon so genial ja lecker lecker frisch vom bäcker so eine bomba habe ich auch noch sehr gut oder so eine art brandbeschleuniger ach hier war das jetzt mit den köpfen ja hier sind wir auch gestern gescheitert ja hier sind wir auch gestern gescheitert hallo hallo oh oh shit no show yourself so muss ich mal gucken ich weiß gar nicht mehr wo die gestern alle lagen ach irgendwo unten oder so ne ja 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 lauf nicht weg bleib hier ja das war der typ wo ich länger halten sollte ja auch wenn ich die rüstung komme ich brauche auf jeden fall eine doppelläufige schrotflinte oder irgendwas was ein bisschen mehr fett die Gatling haben ja die wär richtig geil ja oder ein Flammenwerk blut ich habe den Gatling küpen erstmal einen übergezogen oh nein ich bin bin na warte mal ich rette dich mal rost gesagt bistu frei ja ne oh der münster Mann ey, das sind Masse nie ey, das ist so gar nicht macht euch hier weg ich hab mal ein paar ein bisschen angezündet, ich hoffe ihr ein bisschen geholfen habt alter geht das ja fair ein bisschen schutz jetzt ah ich hab den kopf gefunden ich hoffe dass ihn dort kommen immer da wo er leuchtet hast du klar gemacht? ja Kopf ist dran ich finde man hat hier auch wenig Ruhrpause zumal man ja auch nicht weiß wo die Köpfe immer rumliegen ja das Blocken ist wirklich besser aber das überlegt man da auch gar nicht dran ja da kommt schon wieder den nächsten alter alter ey das ist ja grausam das wird schon gleich mal runter kommen ja warte die müssten auch mal einen Truck droppen oder so ah ich lese grad die kommen jetzt bis zum Ende ey scheiße das kann ja was werden also wir können in dieses Loch ne da in der Mitte in dieses Loch ne auf dem können wir auch wieder leben ja auch nicht ah ja jetzt gehts weiter wir brauchen wir brauchen ja auch schon aber dann oh nein alter wir brauchen auf jeden Fall einen Frank oder so schlammige Zeug hier weg machen ja 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 das ist ja ja das ist ja echt raussam jetzt muss man nur den anderen Kopf noch finden ne Ah, scheiße. Irgendwer liegt am Boden, ne? Ja, ich. Ach du, alles klar. Gucken mal, ob ich dich retten kann. Ach da oben. Ah, du wurdest schon wiederbelebt, ne? Guck mal. Ja, gut. Ja, das war's erstmal. Kauen die da noch drauf rum. Gleich kommen noch die Furien und die Dicke, die machen euch lang, ja? Das kippt mir leid hier auch gerade. Ich finde es ein bisschen schade, dass es ja nicht nur mehr Trunks oder so gibt. Ja, das stimmt. Ah, wir sollen zurückkehren, ne? Oder? Ne. Ach, kehre, äh, ne, warte mal, was steht da? Kehre zur feste Talshorn zurück. Alles klar. Kehre, war ja. Kehre, war ja. Gee, just broke. Yo, Next Hunter. You should make use about this. Roll and play fire. Ah, take it. Plaguenk's coming in. Ah. da lag ich schon wieder am boden und ich glaube wir müssen nur noch in dieses blaue ding rein naja stimmt genau bei uns sieht das aus wie bei einer druckbetankung ja das was dran ja nein baby geschafft das war ja einfach das war also und wir haben kaum energie verbraucht oder ja ich glaube talent punkt freigeschaltet